Die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen hat für uns eine sehr wichtige Bedeutung. Warum? Weil wir die Wirtschaft insgesamt, nicht nur die Unternehmen, als einen wichtigen Hebel sehen in der Umsetzung auch der eigenen Politik, der staatlichen Verantwortung. Wir glauben nämlich, und das zeigt uns die Agenda 2030, dass wir die zentralen Probleme und Herausforderungen dieser Welt, der globalisierten Welt, nicht alleine umsetzen können. Wir brauchen Akteure wie die Wirtschaft, wie die Zivilgesellschaft und Gewerkschaften und andere Akteure, um Herausforderungen, die uns alle betreffen, tagtäglich gemeinsam umzusetzen. Das Deutsche Global Compact-Netzwerk spielt eine zentrale Rolle in der Umsetzung von unternehmerischer Verantwortung, unternehmerische Sorgfaltspflichten, die wir selbstverständlich auch als staatliche Akteure von den Unternehmen auch fordern und einfordern. Wir sind uns aber bewusst, dass die Herausforderungen in einer globalisierten Welt so groß sind und so schwierig sind, dass sie von einem einzelnen Akteur nicht umgesetzt werden können. Das Deutsche Global Compact-Netzwerk, was wir auch finanziell fördern, aber auch durch einen aktiven Beitrag in den Steuerungsgremien, hilft uns maßgeblich dabei, auch unseren staatlichen Verpflichtungen in der Rahmensetzung gerecht zu werden. So ist das Deutsche Global Compact-Netzwerk auch ein zentraler Beitrag, leistet einen zentralen Beitrag bei der Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte, durch Pilotmaßnahmen, die einmalig sind und zum anderen natürlich auch in der CSR-Berichterstattung spielt das Deutsche Global Compact-Netzwerk eine zentrale Rolle.